Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken. Die Lage zu bewerten, das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Der Katedral ist umgekehrt! Läuft Ihre Waffe! Du kannst nicht diesen Kampf gewinnen! Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Feuer! 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 Verflucht! Sind Sie verrückt? Ritter! Schnell! Durch in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Die Panzerung hat gehalten! Weiter auf das Zielfeuer! Da sind noch mehr! Durchhalten! Sie sind getroffen! Fahren aber noch! Weiter feuern! Wir sind getroffen! Wir sind in Reichweite! Feuer! Aminern! Das Ziel ist erledigt! Wir müssen helfen was tun! Wir müssen helfen was tun! So schnell es geht! Nur noch! Eine Sekunde! Wo kam das denn her? Wie geht's Stefan? Stefan geht gut! Vergebessert euch, dass noch alles funktioniert! Was hier ist noch nicht vorbei! Verdammt! Guter Schuss! Amerikanische Artillerie! Wir haben uns parkiert! Die Deckung! Schnell! Bestätigter Treffer! Reparation erledigt! Wann ... Ich bin is auch immer wieder! Wann? climb ... got reachesine! Soeh ... Was? Wann ist ... Wann? Ich kann es passieren! bone ..." Was? Königt hat она! Kerst, aufwachen! Hör die Ruhe! Wir schaffen das schon! Es wird gewettet! Wir sind getrunken! Noch ein Treffer und das war's! Kerst! Fallen Sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein! Scheiße! Die Ruhe! Wir haben uns markiert, die Deckung! Schnell! Zur Brücke, los! Wir können sie nicht mehr aufhalten! Ich bin Muslim! Wir wollen sie nicht mehr aufhalten! Wir können sie nicht mehr aufhalten! Kerst! Was ist das? Die haben uns verraten? Die haben die Brücke gesprengt? Die wollen uns hier verrecken lassen? Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen! Hä? Ärger doch mal. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Ja. Stärke... Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinschaft sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren auch ihre Worte, oder? Nein, sie ist... War das nicht so? Just give up, Dammit! Wir haben wieder falsch geklaut! Sie sind jetzt zurück in den Panzer steigend! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020